Sie unterschreiben den Staatsvertrag, landen auf dem Mond und sind schon mal bei der Eurofighter Pressekonferenz, um zu fragen, wer soll das bezahlen. Österreichs beliebteste Werbefamilie, die Familie Putz, die feiert den 20. Geburtstag. Grund genug für uns von OE24 TV, auch mit den Darstellern der beliebten Werbefamilie zu sprechen. Stefan Bauer, der Putzi Putz, seit 20 Jahren bist du dabei, mit neun Jahren angefangen, mittlerweile 29. Und du bist ja nicht nur in diesem Werbespot aktiv, sondern du bist auch Student. Was studierst du denn? Ich bin schon fertig mit dem Studium. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, also was ganz anderes. Das ist auch irgendwie das Lustige an dem Ganzen, dass immer wieder zweimal im Jahr einfach eine ganz andere Welt auf mich prallt, mit den Werbespots, mit der Schauspielerei. Ich habe früher Kindertheater gespielt. Das war so ein bisschen mein Weg in die Schauspielerei. Aber im eigentlichen Beruf habe ich Wirtschaftsinformatik studiert und mache jetzt die IT-Projektleitung beim kleinen Handelsunternehmen in Österreich. Und wie ist das so, wenn du irgendwo auftrittst, sagen die Leute ja wahrscheinlich gleich, der Putzi ist da, oder? Ah, das sagen nicht nur die Leute, sondern sagen auch die Freunde. Aber das ist für mich schon so irgendwie, ja, das ist für mich normal. Also ich würde genauso auf Stefan wie auf Putzi reagieren. Das ist einfach schon so lange dabei. Nach 20 Jahren, da ist das wie der zweite Name. Jetzt weiß man ja, Österreich hat jetzt nicht so viele Kinderfernzistas, die sich halten. In den USA gibt es einige abschreckende Beispiele. Michael Kalkin aus Kevin allein in New York, die dann schwer drogensüchtig geblieben sind. Wie ist es denn überhaupt auf dem Boden zu bleiben? Naja, ich glaube, es macht viel mit dem Freundeskreis, denke ich, aus. Das ist ja auch, glaube ich, das, was vielleicht auch in Österreich dann auch wirklich eher der Fall ist. Da hat man nicht diese ganzen, ja, diese ganzen Society-Sachen, die es da so gibt, wo man halt dann möglicherweise in die falschen Freundeskreise abschlägt. Und ja, ich glaube, wirklich, also da muss ich echt meinen ganzen Freunden und meinen ganzen, ja, Bekannten irgendwie danken, weil die ja einfach immer da waren und die mich genauso genommen haben, wie ich bin. Also ich bin einfach, ja, der Stefan oder eben in der Rolle der Putzi Putz. Aber nicht weniger und nicht mehr. Also ja, so ist das halt. Was wünschst du der XXXLutz Werbung für die kommenden 20 Jahre? Ich glaube, weiterhin so viel Abwechslung, wie es bis jetzt gab, so viel Spaß. Und ja, ich glaube, dann sind wir alle dabei und machen das weiterhin für 20 Jahre. Wunderbar. Cecil Nordegg, Sie sind die Mutter der Putz-Familie und sind aber nicht nur in den Werbespots aktiv, sondern sind auch Künstlerin und Sängerin. Ich bin vor allem Sängerin, ja, und das Lutz ist ein richtig schöner, wunderbarer Ausflug in eine andere Welt hinein. Aber an und für sich bin ich Sängerin und bin mit meiner Jazzband weltweit unterwegs. Die Putz-Familie war auch schon viel unterwegs in ganz Europa und unter anderem auch in Kapstadt in Südafrika. Wie war denn dieser Dreh? Das war einer der liebsten Drehs. Es ist mal was Schönes aus Wien wegzukommen, das ist klar. Aber wenn sich Kulturen mischen, ist es halt immer ein Erlebnis. Und ich glaube, das ist der Reichtum, den wir haben, dass wir mit unseren Türen und Kulturen mischen können. Ich als Sängerin natürlich noch mehr. Ich schaue immer, dass Musiker, wenn ich wo spiele, auch von den Ländern mit dabei sind. Damals war es jetzt letztens nicht Kapstadt, sondern Senegal zum Beispiel. Und da holt man sich einfach dieses Leben hinein. Was war denn für Sie in diesen 20 Jahren der beste Spot oder der lustigste? Oh, wow. Das ist eine schwere Frage. Es gab einen Spot, den ich uns auf euch gerne habe. Das war eine Serie von Mozart. Und da gab ich einmal die Königin der Nacht. Das ist nicht meine Stimmlage, sage ich dazu. Und das hat mir irren Spaß gemacht. Frau Hartmann-Bruherskova, Sie spielen die Oma seit 10 Jahren in der Lutz-Werbung bei vielen Spots dabei. Ich nehme an, etwas ganz Besonderes für Sie. Sie sind schon über 90 Jahre alt und so rüstig. 93, ja. 93. Ich bin sehr froh, dass ich es spielen kann, obwohl ich nicht sehr viel Gelegenheit in dieser Rolle habe. Aber ich meine, ich fühle mich wirklich wie in einer Familie. Und ich bin in Wien sehr gern. Wien ist meine zweite Heimatstadt, nicht wahr? Ja, und wir drehen ja auch. Ich habe sehr vieles kennengelernt. Wir waren ja auch einmal in Südafrika, haben wir gedreht. Da habe ich sie mit so einem Geparden angewandelt. Naja, und sonst drehen wir also in Budapest. Das ist auch immer schön. Ich muss sagen, ich bin immer froh. Ich habe jetzt viel zu tun in Prag leider, dass ich also sehr wenig in Wien bin. Nur wenn man mich hier braucht, ich mache einen Film in Prag und in einer Fernsehserie bin ich beschäftigt. Naja, aber ich bin sehr froh eben, weil ich keine Kinder habe und die Arbeit ist eigentlich mein Kind. Also Sie sind nicht im Ruhestand, sondern im Unruhestand, kann man sagen. Aber, ja, unruhig bin ich sehr. Naja, und jetzt auch mit meinem Bein, das ist auch blöd. Und wissen Sie, aber wenn man mit 93 keine Wehwehchen hat, dann ist man tot. Also ich bin immer in der Früh, sage ich mir, ich lebe noch, es tut mir alles weh. Sie waren, heuer glaube ich, es war immer ja Traum, einmal beim Opernball auch zugegen zu sein. Und Sie haben dort sogar einen Spot gemacht. Ja, 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 war ich. Naja, da war ich, das war auch in Prag, also waren die Zeitungen damit voll, dass ich dieses 72 Jahre altes Kleid anhatte. Und das war wirklich von einer Podolska, heißt sie, oder hieß sie. Das war Prager, ich weiß nicht, Dior oder Chanel. Das war wirklich eine sehr, sehr bekannte Dame, die auch für Französinnen sogar genäht hat. Und ich habe dieses Kleid aufbewahrt und jetzt wusste ich nicht. Und für einen Opernball, also Opernball ist etwas Fantastisches und ich war so froh, dass ich da war. Aber, ich meine, ein Kleid sich nähen zu lassen, das ist zu kostspielig. Ich bin keine Millionärin, im Gegenteil. Ich bin eine arme Schauspielerin und ich habe dieses Kleid doch immer im Koffer gehabt. Und ich habe es rausgenommen und ich konnte es noch tragen. Und da habe ich mir gedacht, da werde ich Reklame machen. 72 Jahre altes Kleid, das hat niemand. Da bin ich also die Erste, die sowas am Opernball trägt.